Ich hoffe doch, weil hier in TokioToro gleich eins losgeht. Eine echte Betonwüste erwartet uns Rennfreunde. Hoffentlich verirren sich unsere Fahrer nicht. Leave it to me. Drei, zwei, eins, los! Sonic sorgt heute für ein heißes Rennen. Und Sonic muss einchecken. Das war's für mich. Weiter mit Runde 2. Jetzt geht's richtig los. Eggman hat den Eggpog. Hörst du euer Leben? Na, allow me to do my latest plan. Eggmans Rakete kennt keine Gnade. Eggman wird mit Runde 1. Gnade! Eggman wird mit Runde 1. Hei-Hei muss vorsichtiger sein. Immer mit Gefühl, Leute. Hier kommt die letzte Runde. Hei-Heis Schuss trifft ins Schwarze. Die Leute werden noch nicht mehr mit den Rundenverzugs und schough. So, die was ein Schmepp ist, was er nicht? Das ist schon eine gute Lahmung. Und sowohl die Team. Das ist früher noch ohnehin. Dieifen werden vom Hintertestauchern und wir können auch erfreulich sein. Die Leute werden gerne mit den Mundusbonnissen gehören. Das war ein schönes Leben. Eins gewinnspielen. Was für eine Show. Willkommen. Heute erwartet uns hier in Kuriens Anwesen ein verdammt heißes Rennen. Bei Tagessicht und ohne die kranken Experimente ist es hier bestimmt richtig schön. I'll do my best. Drei, zwei, eins, los! Case ist unser neuer Spitzenreiter. Drei, zwei, eins, los! Ah! Ah! Bevor? 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 Davon lässt Shadow sich nicht aus der Ruhe bringen. Wir sind in Runde 2. Alles ist noch offen. Sonic nimmt einen Volltreffer an! Das war's für heute. Noch eine Runde. Wer kann jetzt noch zulegen? Ich einlose die Position. Ist er nicht cool? Oh, ganz schön viel Luft zwischen dem ersten und dem letzten. Hier wird scharf geschossen. Tails gewinnt! Ein fantastischer Sieg! In der letzten Festung, Rennfreunde! Jeder Teilnehmer oft hier auf einem perfekten Start. Vorsicht von den fliegenden Kanonen. Sie sind groß, grau und haben was gegen Rennfahrer. Wie lange das! 3, 2, 1, los! Es spürt jetzt den Weg in den Haaren und über den Titel rum. Sonic wird getroffen. 2, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, interrupted er. Die Runde ist geschafft. Auf zur nächsten. Bei Shadow sieht alles so locker aus. Hängen, Volltreffer. Sonic ist bereit für die Monster. Alle schocken mit. Hüttet euch die Ohren zu. Gleich kommt Sonic mit einem Überschallknall. Playtime ist over. Was ist aus Liebe und Frieden geworden? Warum sind alle so süß? Letzter Runde. Los, Leifungsleute. Ei, ei. Der Junge liebt riskante Manöver. Jetzt geht's richtig zur Sache. Und einige Fahrer bleiben auf der Strecke. Ja, 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 ja. Ein fantastischer Sieg! Herzlich Willkommen auf der Super Monkey Ball Strecke. Unsere Fahrer sitzen schon in den Startlöchern. Gebt dem Affen Zucker, wenn ihr da vorn bei dem hohen Abhang seid. Leave it to me. Drei, zwei, eins, los! Ja. Shadow klappt sich im ersten Platz. Hoffentlich ist Tate gut versichert. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020